Ein wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, RohstoffTV mit den Bergbau-Nachrichten. Heute mit Revivalgold, Sibangi Stillwater, Kennergold und Empress Royalty. Revivalgold macht weiter enorme Fortschritte in der Exploration und Entwicklung des früher produzierenden unternehmenseigenen Goldprojektes BearTrack Arnet im US-Bundesstaat Idaho. Vom geplanten laufenden Fünflachbohrprogramm im hochgradigen Goldzielgebiet Joss wurden bis dato etwa 700 Meter in zwei Kernbohrlöchern gebohrt. Die ersten Analyseergebnisse werden für Mitte August erwartet. Weitere 2500 Meter Bohrungen einschließlich geotechnischer und hydrologischer Untersuchungen sowie 9 bis 10 Explorationskernbohrlöcher sind für diesen Sommer im Haufenlaugungs-Goldzielgebiet Heidi geplant. Ein zweites Bohrgerät soll Mitte Juli vor Ort eintreffen, um das Tempo der Bohrungen zu erhöhen. Gleichzeitig hat SGS Lakefield mit Haufenlaugung-Säulentestarbeiten an etwa drei Tonnen Probenmaterial begonnen. Damit wird dann auch das Ressourcenupdate, das fürs erste Quartal 2022 vorgesehen ist, bereits in Angriff genommen. Auch konnte der Abschluss eines ganzheitlichen Programms zur dreidimensionalen Computermodellierung und Analyse mit künstlicher Intelligenz bekannt gegeben werden. Es wurden alle Bohrdaten einschließlich historischer Sprengdurchbohrungen von der früher betriebenen Mine Bairtrac sowie geologische, geochemische und geophysikalische Daten integriert, was zur Identifizierung mehrerer neuer Explorationsziele innerhalb des Projektgebiets Bairtrac Arnett führte. Diese Ziele beinhalten die niedrig-winkligen Überschneidungen von steil abfallenden sekundären Verwerfungen mit der Haupt-Share-Zone Panther Creek bei Bairtrac sowie eine Anhäufung von Zielen, die innerhalb eines Gebietes mit einem Durchmesser von rund vier Kilometern um die Lagerstelle Heidi auf Arnett herum eingeschlossen sind. Wir sind gespannt auf Revivals-Ergebnisse, denn nun läuft die heiße Phase an. Sibani Stillwater erfreut weiterhin uns Aktionäre und wird eine ausgegebene Anleihe vorzeitig am 2. August dieses Jahres zu 100% Nennwert zurückzahlen. Das zeigt die unglaubliche Kapitalstärke des Unternehmens und bringt die Schulden nun mehr oder weniger auf Null. CEO Neil Froman kommentierte, die starke operative Leistung und die Rohstoffpreise haben eine frühzeitige Reduzierung der Bruttoverschuldung und der damit verbundenen Zinskosten ermöglicht. Dies steht im Einklang mit unserem veröffentlichten Kapitalallokationsmodell und ergänzt andere wertsteigernde Initiativen wie den jüngsten Aktienrückkauf. Die Gruppe ist weiterhin auf einem guten Weg, überdurchschnittliche Werte für alle Stakeholder zu schaffen. Soweit Neil Froman. Wir sind voll und ganz der Meinung des CEOs und schließen uns dem zu 150% an. Aber wir sehen auch noch eine zusätzliche weitere Dividendenerhöhung dieses Jahr. Wir sind gespannt. Keiner Gold Resources meldet der erste hochgradige Gold-Untersuchungsergebnisse aus den ersten drei Diamant-Bohrlöchern des 24.000 Meter langen und 47 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms, das derzeit auf dem zu 100% unternehmenseigenen Goldprojekt New Polaris im Nordwesten von British Columbia durchgeführt wird. Es konnten sehr gute Ergebnisse mit 12 Gramm Gold auf 3 Meter, 4 über 24 Gramm Gold über 6,6 Meter und fast 16 Gramm Gold pro Tonne auf 13 Meter gemeldet werden. Das zeigt die tolle Qualität bereits in den ersten Bohrergebnissen von New Polaris. Die ersten drei Bohrlöcher lieferten stärkere Ergebnisse als erwartet, wobei mehrere Abschnitte Gehalte lieferten, die bis zu zweieinhalb Mal höher ausfielen als der Durchschnittsgehalt der angezeigten und abgeleiteten Ressourcen und wahre Mächtigkeiten, die deutlich über den durchschnittlichen Abbaubreiten von 3 Metern wie noch in der PEA 2019 beschrieben wurden. Wir sind gespannt auf die nächsten Ergebnisse und hier entsteht eventuell die nächste produzierende Mine, was dem Aktienkurs wohl bald auf die Sprünge helfen dürfte. Empress Royalty, das Aktionär Terra Capital Natural Resource, fand bau seine Position um 500.000 Stammaktien weiter aus und hält nun 14,38 Millionen Stammaktien am Unternehmen und damit rund 14 Prozent. Das ist ein starker Vertrauensbeweis in Empress Royalty und in die Wachstumspläne des Unternehmens. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.